Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin gerade auf dem Hügel, oder Berg Petschin. Und ich hoffe, das habe ich gerade richtig ausgesprochen, denn meine Freunde schauen gerade, wie ich filme und ob ich auch alles richtig sage. Ja, und hinter mir sieht man Prag ganz gut. Hier ist eine wunderbare Aussicht auf Prag. Ich zeige euch das mal ein bisschen besser. Es ist ein bisschen nebelig, aber ansonsten sieht man so ein paar Gebäude. Vielleicht finde ich später noch eine bessere Aussicht, aber nur damit ihr mal kurz seht, wie Prag von einem Hügel aus aussieht. Okay, das war dieses kurze Video und bis später. Tschüss!